Ja, das kann ich nicht machen. Wie ist mit der Klasse? Was ist denn das? Ich habe noch eine Structure-Buffe. Ich liebe das A-Small, danke. Macht dir mehr Spaß, was meinst du? Noch eine Minute. Ja. Du bist perfekt, wie so. Am Samstag spielt Deutschen gegen Türkei, hier ist das Spiel um wie viel Uhr, weißt du das? Hallo, hier ist noch Koli, 300 km von oben Hier ist noch ein paar, da haben wir hier gerade kein Kleber Da geht's, da geht's, da geht's Ja, das hast du eben schon geschrieben, Julian. So, okay, mal schauen. Also das erste ist der, zuerst kommt der Unstressball, danach kommt Sticky Tapping, danach kommt der Hamburger und dann kommt Brushing, okay. Danke auf jeden Fall fürs Abstehen. Keine Ahnung, da fragst du den falschen Moment. Thank you. Ich kann dir abstimmen, danke. Ich habe viel Erfolg, ich habe viel Erfolg. Hey, Finn, du kommst. Das will ich, Finn. Ich habe viel Erfolg, ich habe viel Erfolg. Ich weiß nicht, Stony wahrscheinlich, von TikTok irgendwie. Also, blöcke ich. Ich bin glücklich, du kannst hier, Isma, ich weiß nicht. Ja, ich bin glücklich, ich bin glücklich. Danke dir, Sam. Danke. Und ja, Isma macht mir Spaß. Ich glaube, sonst könnte ich das gar nicht so lang machen. Ich bin glücklich, ich bin glücklich. 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 Danke, Sandy. So, dann kommt erstmal ein bisschen Sticky Tapping. Du brauchst mich nicht zu siezen. Und da, und da. Und da, und da, und da. Und da, und da, und da. Und da, und da. Das war's. Ich will go straight. Leider nicht. Also ich habe es bis jetzt nicht in anderen Form gefunden. Seit fast zwei Jahren. Okay. okay, wir kommen auf den Stream So, mein kleines Wort auch mit Schlechtlechern. Sehr nice. Der nächste Trigger müsste der Handpuffer gewesen sein. Und wo kommt der Pinze? Vor euch alle. Dank dir. Die Sticky-Taping-Mustwer-Federmang-Schmacki. Dank dir. Die Sticky-Taping-Mustwer-Federmang-Schmacki. Die Sticky-Taping-Mustwer-Federmang-Schmacki. Das ist ein Humpel. Was ist das? Das ist ein Humpel. Damit kann man bestimmt etwas brauchen, ja. Aber ich habe den halt nur für erstmal gekauft. Ich brauche damit nichts. Mein Mann, grüß dich auch. Danke dir auch. Danke dir auch. Geil, danke dir auch. Danke dir, ja. Danke dir, ja. Danke dir, ja. Okay, now it's washing time. Denk dir echt. Good mom Jenny, good mom Good mom and good mom Well, there's some动き literacy. Ich habe das Gefühl, dass ich die Riesenkriege habe. Gestern bin ich von 07.00 Uhr da. So, ich dachte, du meinst gerade hier irgendwie, ich dachte so, hey, was meinst du? Gibt es eigentlich diese NPC-Streams nun? Das ist der Trenntlanz, da muss ich sterben. Und ich habe jetzt gesehen, so ein, zwei deutschsprachige NPC-Streamer, die haben damit jetzt aufgehört. Die gibt es noch, okay. Ich habe mal diesen einen gesehen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der heißt. Der hat das auch immer voll lange gemacht und der hat doch immer übel geschwitzt. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, der hat auf jeden Fall irgendwie damit aufgehört. Und dann habe ich mal so reingeschaut, der wirkt eigentlich voll sympathisch. Ich will mit ihm live gehen. Du bist ja nicht gestoppt. King Thomas. Wer ist das? Ist das der, der sich als König bezeichnet? Also dieser komische Ältere war. Wer ist das da? Okay. Danke, Julian. Wer ist das? Noch ein bisschen weiteres? Also ich habe jetzt einen schönen NPC-Streamer. Sie singen, auf jeden Fall auf die Gifts, die du gebt. Aber es hat eine gute, gute Vibes. Also ich habe einen NPC-Cat streamer gesehen. Das ist ein witziger Typ. Ja, ich finde es ein bisschen problematisch, was er da macht. Ich habe da jetzt aber nur eins mal reingeschaut. Kommt so her auf her. Ja, gut in Ordnung, gut in Ordnung. Pandora Box, ja. Echt, weißt du das so sehr? Junge kommen im Stream. Dario, Dario, thank you. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir! Jauh, 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 das sagt mir Gott nichts. Was meinst du Stoney? 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 Hello again, hello, hello. Alles klar, Julian, gut und? Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du? Was meinst du Stoney? Was meinst du Stoney? Was meinst du Stoney? hier. Ah, meinst du diese Pelle? Die zwei Pelle? Du trinkst jetzt Ritmoil? Das wird echt ne schwierige Nacht mir. Danke dir dafür. Du meinst bestimmt das hier unten, oder? Ja, ich trinke sowas gar nicht. Red Bull und so. Aber ich habe es natürlich mal getrunken. Alles gut, auf jeden Fall mit dir. Ja, Kaffee trink ich auch. Ziemlich oft. Cappuccino auf die Eins. Ja, Cappuccino geht immer eigentlich. Vielleicht kann jeder Stream ja ein bisschen helfen, wenn man schlafen. Ja, ich glaube, das ist so schön. Danke dir. Ich mag nicht Ritmoil, wenn es schmeckt. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, das ist eine Marke, oder? Wenn ich mich jetzt nicht täusche. So wie Coca-Cola und Pepsi. So will ich es mal sehen. Ich sehe. Ja, ist das eine Harry Potter-Transination? Es ist die same. Ja, Jess Knight ist gleich, habe ich auch gerade gesagt. Jo, Celine, wie geht's gut mit dir? Willkommen im Stream. Jo, Finn, Willkommen. Mein Mann, grüßt euch auch. Mein Mann, grüßt euch auch. Good night, Belle, good night. Hey, until summer. Willkommen im Stream. Danke dir, danke. Die glücklichen Häschen. Die glücklichen Häschen. Die glücklichen Häschen, die glücklichen Häschen, die glücklichen Häschen. 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 Die glücklichen Häschen.